Der erste Eindruck war richtig überrascht, also ich war echt so überwältigt. Auch so, ja, die Herrlichkeit, die Freundlichkeit aller Mitarbeiter. Dann der Hygienebereich, ganz toll. Also finde ich auch besser wie in Deutschland, muss ich sagen. Egal, in den Praxen oben von den Mitarbeitern, jeder ist da picobello und macht und tut. Das kenne ich so von Deutschland nicht. Das kenne ich so von Deutschland nicht.